Herzlich willkommen beim Web-Montag bei Petzlar. Schön, dass ihr da seid. Dann nochmal herzlich willkommen von meiner Seite, vom Jan von Petzlar. Wir stellen eine Netzwerk-Monitoring-Software her. Das ist PRTG-Network-Monitor. Und da setzen wir auch beim Thema Conversion-Optilierung an. Das ist, was wir machen, verschiedene AB-Tests auf unserer Webseite mit dem Ziel, möglichst viele Leute in den Trial reinzubringen. Und das heißt bei uns, wir haben drei Millionen Besucher auf unserer Webseite, Variationen dessen gezeigt, von denen wir hoffen, dass es besser konvertiert. Genau. Habt ihr Fragen an Jan? Also ihr habt da auf den Folien einen alten Abmähtypen? Seine Fotos sind unser bestes Conversion-Geheimnis. Mein Lieber, aber... Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017